Für das Steinwandrätsel müsst ihr einfach nur direkt immer hinlaufen zu den leeren Flächen, die ihr hier seht. Also sprich, wenn das Kästchen leer ist, mit Hinlaufen auf das Kästchen und natürlich Blick auf das Kästchen werden die anderen Kästchen ausgefüllt, die auch direkt drumherum sind. Deswegen müsst ihr einfach mal schauen, weil es auch immer zufällig ist, wie vor was das ist, dass ihr mit Vorgehen die Kästchen auffüllt und mit Zurückgehen die Kästchen wieder leert. So ein bisschen Glückssache, hin und wieder geht es auch ein bisschen nicht, ist so ein bisschen buggy, aber macht nichts, das kriegt ihr ja den Fall hin. Hinlaufen, Kästchen auffüllen, Zurücklaufen, Kästchen leeren. So, dann hier weiter in den Raum, der sie jetzt aufgemacht hat, könnt ihr hier diesen roten, diesen schwarzen Boppel schnappen, der die Finsternis darstellt. Und mit der müsst ihr einfach nur mit dem Zeiger zur Sonne hin, damit hier alles dunkel wird und ihr habt die Trophäe Körper. So, haut rein, viel Spaß. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein.